Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner ist mein Befehl zu widersetzen! Der Angriff Steiner ist unruherlich! Die Generalität ist doch der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahre lang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hielt! Es hat mit denen nur ein Schicksal... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Hör-Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein... allein auf mich gestellt! Ganze Robber erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich doch verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse... Irrfen Sie sich, der wollte ich! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Und Sie, was Sie wollen! Und Sie, was Sie wollen! Anfängstatt! Anfängstatt! Untertitelung des ZDF, 2020